Hallo Leute und was geht ab? Maria Atenas dabei und diesmal versuchen wir es mit einem ganz neuen Stil, denn ich habe Bock darauf. Aber erst kurz möchte ich euch Italki vorstellen. Italki ist eine wirklich tolle Quelle für Fremdsprachenlernende, insbesondere orthodidaktische Lerner, die Hilfe auf dem Weg zur Flüssigkeit brauchen. Man muss nur einloggen und dann kann man sich mit Muttersprachlern, Fortgeschrittenen und auch anderen Lernern aus aller Welt unterhalten. Italki bietet auch günstige Nachhilfe in mehr als 70 Sprachen und es gibt auch eine Stelle auf der Website, wobei man Journals in seine Zielsprache posten kann und dafür Korrekturvorschläge bekommen. Klicke selbst auf dem Italki-Website-Link in der Beschreibung oder suche selbst nach italki.com und füge meine Filiart-Link am Ende der Netzadresse hinzu and check it out for yourselves. Vielen Dank im Voraus und viel Spaß beim Fremdsprachenlernen. Also ja, ich wollte diesmal einen Podcast machen und das ganze Transcript dazu findet man, wenn man einfach auf CC klickt. Ich rede sowieso schon schnell, aber ich versuche diesmal etwas langsamer zu reden als normal. Und darüber hinaus bin ich sehr, sehr aufgeregt und ich will dieses Podcast ohne große Pause drehen. Also ich vermute, ich werde irgendwann mal stottern. Aber ich bin nicht so nervös, wenn es damit zu tun hat. Aber ja, Schulenglisch. Über das Thema Schulenglisch könnte ich stundenlang reden und ich weiß nicht, wie viele von euch Videos bearbeiten oder bearbeitet haben, aber es könnte ziemlich lange dauern, um ein mehrstündiges Video drehen, bearbeiten und hochladen zu können. Verstehe mich nicht falsch, dieses Format fordert auch Zeit und Energie, aber das auf eine ganz andere Art und Weise als die typischen Videos, die ich wöchentlich produziere. Und ich würde diese andere Art und Weise der Aufnahme gern willkommen heißen, wenn man sowas sagen kann. I welcome these little changes to my recording sessions. Das und ich interessieren mich für Podcasts wirklich sehr, seitdem ich The Bible Reloaded zum ersten Mal geguckt habe. Das ist ein lustiges, krasses Podcast, das man hier auf YouTube finden kann und ist wirklich toll. Ich wollte es mit dem Podcast-Format versuchen, schon seit einigen Monaten, aber erst neulich hat The Bible Reloaded mich dazu inspiriert, schließlich mein eigenes Podcast zu produzieren. Aber Maria, du wirst noch wieder in deinen Videos selbst erscheinen, oder? Äh, natürlich, man kann sich einmal etwas Neues ausdenken und es ausprobieren, ohne alles, was man vorher machte, aus dem Fenster zu werfen. Und das muss ich schon am Anfang erklären, weil wir auf dem Netz sind und meiner Erfahrung nach werden Leute im Internet allzu oft völlig verwirrt, wenn nur etwas Kleines geändert wird. Ich meine, falls ich je ein Video auf Englisch produziere, erhalte ich mehrere Nachrichten von besorgten Zuschauern, die mich fragen, wann ich wieder Videos auf Deutsch produziere, und dann muss ich eine Massen-E-Mail schreiben, die normalerweise so aussieht. Also ja, auch wenn ich mit meinen normalen Videos 100% weitermache, bin ich mir auch ganz sicher, dass ich in der Zukunft noch mehr Podcasts machen werde. Na gut. Aber ja, Schulenglisch. Wie können Schule ihre Dozenten vorgaukeln, dass sie Englisch können? Also, trotz der Meinung vieler anderen kann man Sprachkenntnisse faken. Das hört sich wahrscheinlich bescheuert an, aber es ist wirklich wahr. Oder mindestens kann es in der Schule wahr sein. Ich meine, Schule können gute Noten bekommen, auch wenn ihre guten Leistungen einfach nur oberflächlich sind und ihre eigene Faulheit schön verbergen. Ja, wer weiß, was der Dozent im Englischunterricht sehen und nicht sehen will, kann die englische Sprache anders verwenden, um klüger, fließender und begabter zu wirken, als die eigene Englischsprachkenntnisse ermöglichen würden. Das ist Trickery 101 und darauf gehen wir in diesem Podcast tief ein. Also erst muss man sich die Frage stellen, was will meine englischen Dozenten überhaupt nicht sehen oder hören? Natürlich habe ich Englisch als Muttersprachlerin in der Schule gelernt, aber ich kenne mich schon gut mit Fremdsprachenlernenden aus, habe an mehreren Englischkursen in Deutschland teilgenommen, gebe Nachhilfe für Englisch. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mir eine E-Mail at xxmariaathenaxxx at gmail.com schicken. Und außerdem sind die Schwierigkeiten, die Fremdsprachenlernender am meisten haben, besonders Deutschsprachige beim Englisch lernen und Englischsprachige beim Deutsch lernen, mir allzu gut bewusst. So ja. Schüler scheinen die Sprache nicht effektiv verwenden zu können, da sie die Hausaufgabe nicht gemacht und die Vokabelisten nicht auswendig gelernt haben. Schüler passen auf ihre Grammatik nicht auf, drücken sich nicht klar aus und in den meisten Fällen fangen Schüler an zu labern, wenn sie doch eine kurze Zusammenfassung schreiben oder einen wichtigen Diskussionspunkt machen sollen. Vielleicht finden einige von euch diese Beschreibung zu pessimistisch, andere on point, ist egal. We are operating under the international rule of thumb für die Jugend von heute. Sie sind unmotiviert, faul und interessieren sich nicht für die Bildung. Sowas passiert ständig in Schulen und zwar nicht nur während der Englischstunden und das weiß jeder, ganz klar. Und das kann auch andere Lerner, die sich für den Kurs wirklich interessieren, nicht nur nerven, sondern auch zurückhalten. So, if you want to trick your teacher into thinking you know English, your first step is to cut out the bullshit. Wie kann man sowas machen? Na, das ist ganz einfach. Also, wir werfen zuerst kurz einen Blick auf die key things that likely piss off my English-Dozent-Liste und werden sie in wenigen Minuten ausführlich diskutieren. Denn, wie schon gesagt, wir müssen mit der Scheiße aufhören, um gutes Englisch zu faken. Also, was nervt Englisch-Dozenten am wahrscheinlichsten? Äh, Nummer 1. Ihr lernt Englisch schon seit der 1. oder 3. Klasse und redet doch ständig von Dingen und Sachen, weil euer Grundwortschatz leere als Voldemorts Herz ist. Nummer 2. Egal wie, egal wann, ihr labert über alles von Alltagsthemen bis Aufgabeninhalt und schweift immer ab. Nummer 3. Ihr drückt euch nicht klar aus. Nummer 4. Euer Fokus liegt auf etwas ganz anders als die Aufgabe. Und Nummer 5. When in doubt, you literally make up shit. Und das sind nur einige. Also, wenn ihr gutes Englisch faken wollt, müsst ihr erst euren Wortschatz erweitern. Because students are known to misuse words casually, while rambling about a text they didn't read thoroughly or understand absolutely none of. Dozenten geben ihren Schülern mehrere Listen-Vokabular während des Jahres, aber weil die Schüler ihnen gemäß nicht genug Zeit dafür haben, die Liste auswendig zu lernen, faked das Basiswissen der Klasse im Ganzen. Ich meine, wie kann man hoffen, gutes Englisch zu faken und Schulenglisch zu verstehen, wenn man sich nie mit dem englischen Wortschatz auseinandersetzt? Ganz klar. Bis einem eine spritzevolle Englischkenntnisse ins Gehirn verabreicht werden kann, darf man nicht darauf hoffen, man muss die Vokabeln selbst lernen. Punkt. Glücklicherweise müssen Schule in der Praxis sich nur mit drei Arten von Englisch-Vokabeln beschäftigen. Das sind erstens Englisch-Vokabeln, die in der Schule gelernt werden müssen, von jetzt an Schul-Englisch-Vokabeln genannt. Zweitens Englisch-Vokabeln, die die Schule selbst betreffen, nämlich die Begriffe, die verwendet werden können, um die eigenen Hobbys und Lieblingsthemen der Schule zu beschreiben. Und drittens sind es die Englisch-Vokabeln, die man braucht, um gute, durchaus fließende Englischkenntnisse zu haben. Luckily, tricking Englisch-Dozent requires that students only know the first two unless they are studying English at uni. English students at uni get no passes. You have to legit learn English and not skate your way through an Anglistic-Studium. Glücklicherweise gibt es mehrere praktischerweise wie Schule, die oft langweilige ihnen von Dozenten gegebene Schul-Englisch-Vokabeln und die Wörter für ihren Lieblingsthemen auswendig lernen können, auch wenn sie nicht genug Zeit dafür haben, um das Wörterbuch zu lesen. Sie können sich mehr Zeit dafür geben. Anstatt eine lange Liste Wörter im Ganzen zu lernen, können sie mehrere kurze Liste machen und nur ein paar Wörter pro Tag lernen. Außerdem können sie die Liste oder müssen sie die Liste nicht nur einmal anschauen, sondern öfter und wann möglich sollen sie sich mit dem neuen Vokabeln bekannt machen, bevor der Liste für die Unterrichtsstunde gelernt werden muss. Knowing the vocabulary you're supposed to know will make your English skills stand out so much in comparison to your peers and make them even appear better, wenn auch nur etwas besser als die anderen im Kurs, die die Vokabeln nicht gelernt haben. Sie können englischsprachige Videos oder Podcasts über ihren Lieblingsthemen gucken und englischsprachige Artikeln und Bücher darüber lesen. Sie können Duolingo oder sonst ein interaktives Sprachspiel auf Englisch spielen, um neue Wörter zu lernen und sich an alten Vokabalisten zu erinnern. Sie können sich für eine Wort-les-Tages-E-Mail anmelden. Sie können die englische Version von ihren Lieblingsbüchern in Serien finden, da Sie davon vieles im Kontext lernen würden. Das ist eine ganz, ganz tolle Quelle. Sie können auch Shows mit englischsprachigen Untertiteln gucken und Flashcards machen und die Liste geht immer weiter. You'll also have to use those words you learn in writing and speech, though, or risk banishing them down to the distant corner of your passive vocabulary where they're not likely to help you fake good English words shots when it matters, namely in class, during exams, and in front of your docent. Now, the next habit you have to break is labern. Don't do it. Egal wie viel es machen wollt. Katja, could you briefly summarize last night's reading assignment for the class? was, uh, all right, um, one fine day in the middle of the night, uh, two dead boys got, um, up to fight. Back to back, they, uh, faced each other, uh, drew their swords and, um, shot each other. Well, that's utter nonsense. A nonsense poem in English of unknown authorship which you've read rather than summarized in your own words. ganz ehrlich sind eure Dozenten nicht so ganz doof. Wenn Schüler im Englischunterricht labern, entweder bedeutet es generell, dass ihre Englischkenntnisse auf einem niedrigen Wohl liegen oder dass sie die Hausaufgabe nicht gemacht oder verstanden haben. Lösung, liest die Hausaufgabe einmal durch, zweimal wenn möglich und Highlight, schreibe Notizen im Textrand, etc., um die wichtigste Infos davon hervorzuheben. Versuche vor dem Unterricht eine spontane Zusammenfassung darüber zu machen und rede laut über Themen oder Stellen oder Fragen, die eure Dozenten im Unterricht wahrscheinlich diskutieren werden. Zunächst müssen wir über eure Aussprachen reden. Ganz ehrlich gesagt, müssen eure Aussprachen nicht perfekt oder eben besonders gut sein, um verstanden zu werden. Aber es gibt noch einige Laute, die ihr as englisch as possible artikulieren sollt, damit euer Dozenten nicht darüber meckern. Und diese Laute sind We were part of We were part of the water balloon toss at Uncle Will's work picnic last Wednesday. Visitors to Willage, as my village is called, are very vociferous about their interest in the community's historical voodoo practices. I think Theon Greyjoy is only there on Game of Thrones to be the shit character. You think? Wie schon gesagt, kümmern wir uns um euer Schulenglisch. Von Englischstudierenden, Englischlehrenden und Geschäftsleuten wird eine klare, schöne englische Aussprache manchmal erwünscht. Aber beim Schulenglisch reicht es schon, wenn Schüler die vorher gelistete Laute voneinander einfach unterscheiden können. Leider gibt es aber einige Momentchen, wobei Dozenten ab sofort bemerken können, dass ihre Schule nicht einmal Englisch können. Besonders beschissenes Schulenglisch stammt allzu oft aus reinen Missverständnisse. Schule beantworten einen Aussatzprompt ganz falsch, machen einen Punkt, der überhaupt nichts mit dem aktuellen Gespräch zu tun hat oder finden die richtige Stelle im Text und interpretieren es in Antwort auf eine Frage so falsch, bis zu dem Punkt, dass die Frage völlig unbeantwortet bleibt, weshalb Schule die Frage oder Prompts, die sie nicht verstehen, ins Deutsche übersetzen sollen, damit sie die Aufgabe richtig verstehen. Wenn nötig, können Englisch beherrschende Mitschüler es für sie übersetzen oder erklären. Please don't blow your cover by inserting irrelevant statements into your English assignments or classroom conversations. If worse comes to worst, keep a bit quiet and be sure to add points that you know you can get across effectively when you can. Euer Dozentenser Erinnerung nach scheint dann euer Englisch nahezu fellerfrei zu sein, auch wenn ihr es nicht richtig drauf habt, weil ihr immer einfach on topic bleibt. Außerdem sind Schüler dafür bekannt, Informationen aus dem Arsch heraus zu nennen und es im gehobenem Stil Wissen zu nennen. Ich glaube, ihr alle kennt das, aber wenn nicht, gibt es wirklich so viele schöne Beispiele dieses Phänomens auf shitmystudentsright. tumblr.com Ich bitte euch, check it out, it's so worth it. Glücklicherweise können Schule aufhören, diese blöde made-up Scheiße im Englisch Unterricht weiterzuleiten, wenn sie nur einige universelle Regeln im Kopf behalten. Ihr seid keine Großschreibungsfäden, die einen Sauberstab schwenkt und auf magischer Weise random-ass Words großschreibt. Wörter, die man großschreiben müssen im Englischen sind proper nouns and words that start sentences. Vielen Dank an den Starkverlag für die schöne Zusammenfassung. Ein Link dazu ist in der Beschreibung. Ich könnte mir einen Satz mit viel zu vielen Verben ausdenken, der noch Sinn macht, wie zum Beispiel I would have gone sailing to. Mind you, those verbs indicate a specific time and location because English Tenses can be somewhat elaborate sometimes. Doch aus Faustregeln müssen Schüler aufpassen, dass es nicht zu viel unexplainable Verben am Ende eines englischsprachigen Satzes gibt. Wenn es so ist, dann ist der Satz wahrscheinlich falsch. Learn keine Redewendungen zu verwenden als falsch übersetzte Redewendungen oder unsinnige Sprüche. Und jetzt, bevor wir Schluss machen, möchte ich die Things That Likely Piss Off My Englisch Dozent Liste nochmal anzeigen. Lies das und behalte es im Kopf. Ist ganz okay, ich warte auf euch. Und denkt dran, wenn ihr zum nächsten Mal im Englisch Unterricht seid, hör auf mit dem Scheiß und fang an mit tricking your Dozent into thinking du kannst Englisch. Viel Glück. Viel Glück dabei. So yeah, I think that's about it for this time. And just remember kids, getting rid of the shitty stuff that outs you as not knowing English is just part one of how to trick your Dozent into thinking du kannst Englisch. Im nächsten Teil erzähle ich euch how to one-up your classmates English skills and get your Dozent wholeheartedly convinced that your English is great A. Ich bin Maria Atena und ich finde dieses Podcast ist ziemlich gut gelaufen dafür, dass ich es mit dieser Methode zum ersten Mal versuche. Na klasse! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!